Guten Tag, mein Name ist Norman Flaig aus dem Service Center der Haftpflichtkasse Darmstadt. In unserer Reihe HK Wissen kurz erklärt, möchten wir Ihnen häufig gestellte Fragen kurz und verständlich beantworten. Unser Thema heute ist die Mitversicherung der Besitzstandsgarantie in unserer Privathaftpflichtversicherung. Die Besitzstandsgarantie ist ab der Leistungsstufe einfach besser plus mitversichert. Sinn und Zweck der Besitzstandsgarantie ist es, eventuelle Leistungsvorteile des Vorvertrages bei einem Wechsel zur Haftpflichtkasse Darmstadt mitzunehmen. Sollte sich also im Schadenfall herausstellen, dass unser Kunde durch den Versicherungsumfang des Vorversicherers besser gestellt gewesen wäre, leistet die Haftpflichtkasse Darmstadt nach den Versicherungsbedingungen des letzten Vertragsstandes des direkten Vorvertrages. Sie merken schon, die Betonung liegt auf dem Wort direkt. Die Besitzstandsgarantie gilt nämlich nur, wenn zum einen ununterbrochen Versicherungsschutz bestand, sprich, wenn der Vertrag bei der Haftpflichtkasse Darmstadt direkt an den Vorvertrag anschließt. Die bei der Haftpflichtkasse Darmstadt versicherte Versicherungssumme stellt in jedem Fall die Höchstersatzleistung dar, auch wenn bei dem Vorversicherer die Versicherungssumme höher war. Die Besitzstandsgarantie gilt allerdings nicht für alle Schadenfälle. Darauf möchte sie noch hinweisen. Sie gilt zum Beispiel nicht für berufliche oder gewerbliche Schäden, Vorsatz und Eigenschäden. Näheres zu den Ausschlüssen entnehmen Sie bitte den Verbraucherinformationen oder rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen hier gerne weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.